Musik Jo Leute, was geht? Mein Name ist Classic und heute mal wieder ein kleines Live-Kommentary und zwar zeige ich auf der Map Raid, frei für alle Ich bin verdammt schlecht irgendwie zu Zeit in Craft Duty deswegen weiß ich nicht, ob ich überhaupt irgendwas reißen werde ob ich vielleicht sogar meine Drohne schaffen werde oder nicht aber sehen wir gleich So, Raid, Remington, alles ein bisschen kritisch Nehmen wir FAL Hier übrigens links unten mein super geiles Emblem Wer redet denn hier? Sünde! Boah! Das Pin hat das halt nur, ich kenne die Spawns auf der Map überhaupt nicht Nein von links kommt er! Ich kenne allgemein keine Spawns, was laber ich überhaupt Ey, wollt ihr mich verarschen? Chico! Huh! He? Ich hab zu viel Face geschaut Fichser Was? Ich dachte, der Fälle ist gleich oben Ne Hellstorm! Was zum Teufel? Irgendwann hat den Hellstorm Was zum Teufel? Ich sag's euch, ich bin so schlecht! Geh halt nicht rein! Warum auch? Alter, meine Empfindlichkeit! Ich weiß, ich weiß echt nicht welche Empfindlichkeit ich zur Zeit zocken soll Woher hat denn der in Dragonfire? Also es ist jetzt unfair Ok, ich muss hier weg Ich bin so tot Warte, ich staub jetzt voll Punkte ab, wenn die Dragonfire hierher kommt Vielleicht hab ich noch eine EMP Vor Angst Kommt weh, du kommst her, Dragonfire Alter Tobenbeiner Meine Empfindlichkeit ist so für'n Arsch, ich sag's euch Fick dich mit deiner Drohne Ich gewinn nicht mal So, eins vor Orbit, jetzt bin ich tot Tatsächlich, ich hab's geschafft Ich hab nen Orbit live geschafft! Alter! Nee, ich muss sagen, ich bin echt schlecht in COD, deswegen wundert's mich jetzt so, dass ich überhaupt einen gepackt hab Ich weiß, nuklear Ich weiß, nuklear Also ich hab ja insgesamt erst einen Nuklear, gell? In meiner ganzen Zocker-Karriere Habe ich grad ernsthaft meine Drohne eingesetzt, obwohl ich nen Orbit hatte? Dumm! Alter, das ist echt ne echt gute Runde, find ich Das Auto raucht schon Alter, ich bin grad... ich kann... was laber ich eigentlich von nuklear? Buh! 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 Hach! Ai, 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 ai! Wo, es war grad voll Lebensmüd Plant eigentlich Aber naja Jetzt kommt keiner! Fünf Punkte für Schluss Is subscriber ist immer so'ne Sache Eins vor Orbit loszulaufen Ich bin gerade voll angespannt Ich schwitze gerade an den Händen Das ist nicht mehr normal 20-0 Das ist mein höchster Score auf der PS3 Bis jetzt Ich will jetzt gewinnen Ich will jetzt gewinnen Wenn ich jetzt verliere Ich würde mich so hassen 30 zu 2 live Alter ich bin endgut Ne ohne scheiß Ich habe echt nicht oft so gute Scores Das war meine beste Runde FFA auf der PS3 bis jetzt Ich glaube auch eines der besten Ergebnisse Mit einer aufgehobenen AN94 Mit ACOG Visier Oh mein Gott Alter Aber dieser Tiku Der wäre fast auch gefährlich geworden Ich Ja ich habe Ich habe meine Ecke gefunden Schau Meine Relentless Ich wette das ist jetzt die erste Relentless Die ich habe Wo kann man das nochmal schauen Schau ich weiß es nicht mal Ja meine erste Relentless Also noch keine Nukleare auf der Playsee Und ja Also ein Kumpel hat hier ziemlich oft gezockt Oh Skype schreibt Hallo Skype Ein Kumpel hat hier ziemlich oft auch auf dem Account gezockt Und deswegen Ja Aber jetzt habe ich ihn wieder Und auf jeden Fall würde ich mich freuen Wenn ihr den Daumen nach oben geben würdet Für meine erste Relentless Auf der PS3 Und ich bin ja nicht so der Beste Also freue ich mich voll Dass ich das überhaupt geschafft habe Wir sehen uns beim nächsten Mal Hat rein Und ich bin ja nicht so der Beste